Wo ist der Binge? Yo Leute, Basketball! Wir sind gerade angekommen in Kopenhagen. Wir haben gerade Noah Rayleigh getroffen. Wie geht's, Bro? Wie geht's dir? Gut, you guys. WTF, Bro? Was machst du hier? Ja, ich muss ihn abholen, Leute. Hey, wie seid ihr gleichzeitig gekommen? Deswegen, Leute, ich warte hier so leise Minuten auf dich, du Knecht. Warst du nicht schon im Hotel? Ja, ich hab einen Burger bestellt und die reißen mich da raus, Leute. Du musst jetzt nur Aurelia holen. Homeless. Jetzt weiß ich, wo das ganze Geld von Epic Games hingeht. Nicht nur die Cash Cups, sondern wir werden die mit AMGs abgeholt, Leute. Das versteht ihr nicht. Okay, cool. Wir haben hier gerade so unsere Badges bekommen. Er hat Player Chapter 3 Season 2. Ich bin Pro Player Chapter X. Weißt du an? Gar nicht grünsch. Falls irgendwelche Frauen mich besuchen, kommen hier in Kopenhagen. Hier ist für Noah. Jackson hat gesagt, wir sind nebeneinander. Schaut die Nummern an. Ja, 13. Schau mal. Er hat 13. 13, 49, 40, 40, 40. Ja, das ist immer eins. Keine Ahnung. Ja, wo sind wir nebeneinander? Nee, du. Okay, Leute. Wir sind jetzt angekommen im Hotelzimmer. Checken wir es mal ab. Geile. Was haben wir da für eine View? Top 10 Views. Die ist kein unter unten. Die ist kein unter unten wo. Weil er unter ner Treppe da. Was ist das? Das war eh richtig so. Das war richtig so. Das ist doch nicht richtig so. Digga bist du blöd. Du altes so. Der Digga zum leid's nicht. Luxus neben. Ja, drück. Nicht nur noch so. Halt mal die Tür, du Hurenzug. Ich halb. Schüüüüüüüüü. Pffff! Jo, hohohoho! Yo hohoho! Johoho! Digga, was hast du für ne wachte View? Äh, ich hab Gott View! De Pickax! Er hat einfach ne Fortne Pickax. Die ist wohl alles im Leben erreicht. Und ne Fortne T Shirt. Ist das nicht die 30 Karten in Kopenhagen? Ich brauche kein Pullover Das wird immer schlimmer Was ist das denn? Ich kann immer Ich kann Was ist das? Oh mein Gott Du hattest einen Nacken? Weißt du was? Ich hatte einen Stinker, weil ich heute nicht schlafen habe Also habe ich nicht schlafen 10 Meter Das ist alles, was ist meine Zukunft Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich war hier mit diesen schönen Lads und jetzt die meisten schönen Ich bin Was ist das? Leute, willst du sagen was zu den WAV-Blog? WAV-Check Wie war dein... Es ist fantastisch, es ist toll, dass hier hier sein Es ist gut, dass alle Fortnite-Pros zu treffen Ich freue mich auf die Leute von WAV und alles Es wird ein gutes Wochenende Es wird ein sehr gutes Wochenende Oh mein Gott Das sind meine Jungs Oh mein Gott Jungs Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Was geht's? Was geht's? Wie war der Flug? Super, die haben nur Dänisch gesprochen, wie das heißt Die haben nicht einmal Englisch geredet Wie war der Flug? War super Am Anfang hatte ich echt Ohrenschmerzen Ohrenschmerzen? Wie war der Flug? Ja, war super Oh mein Gott Oh mein Gott Alles Loser Alles Loser Alles Loser Theo, du gehst für mich? Was ist das, Bro? Du bist so wild. Du, was machst du? Du bist hier einen Tag, du hast ein ganzes Haus hier mit. Ja, normal. Das ist kompetitiv. Guck mal, lieber zu viel als zu wenig. 1,80m habe ich gesagt. Ich bin noch 1,80m. Du bist niemals 1,80m. Digga, ich habe einfach einen ungeraden Rücken, guck mal. Du hast echt so einen Gamerneck. Ich auch. Ja, guck mal. Jetzt sind die Russi Alex. Stage 5 Gamerneck. Ja, normal. Was ist mit euch? Da ist ja Beef eigentlich, oder? Ja, ich hasse ihn. Du hast gesagt, er spielt zu viel Valorant. Dann hat er so zwei Tage nach zweiter Platz im Cash gab. So zweimal hintereinander. Ja, aber ich habe ein Duo dann zweiter gemacht. Dann habe ich einen Punkt. Okay. Da hat er einen Punkt. Wo ist der? Wo ist er? Von dem anderen. Full-Boxt. Full-Trap. Wie dumm ist? Also Reason ist wirklich so ein Real-Life. Was? Das Ehen gilt. Das Ehen gilt, ja. Scheiß auf den. Hier ist nur die coolen Wave, Leute. Wie geht's? Hallo. Hallo. Wir sind in einem Mixus-Hotel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Room-Tour-Check. Room-Tour-Check. Oh mein Gott. This is you. Oh mein Gott. They didn't print it. Nein. Die haben es einfach mit Hand geschrieben. You were lucky. You were. One of the lucky players who got the handwritten. Witten note. And we. Let's go. One lucky. To have you here. We felt lucky when we. The. Witnessed that. Play. On Mongrad. Ohhhh. Keep check bro. Let's go. Mongrad ist echt geschittet. Ja. Nice. That's it. Nice. 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 Vor allem der. I'm good. I'm good. What's up man? Big Hannerino bro. I'm doing good. I'm doing good. Let's go. Look at the chain. Oh my God. My boy is iced out in this bitch. Shit. Hey. Was geht bro? Was geht? Ich muss meine Haare wieder machen. Ich schwöre du musst mir das beibringen. Ist bodenlos. Ich schwöre. Das Ding ist. Leute sagen du schaust genau gleich an. Ja oben. Oben ist bodenlos. Ich schwöre. Okay. Wir sind jetzt fette Fortnite Community. Fortnite Community. Oh my God. Es geht jetzt alle irgendwie Go-Karten anscheinend. Keine Ahnung. Alter Go-Kart-Fan bro. Ja. Ich gewinne. Echt? Okay. Wer glaubst du gewinnt? Ich hab mir das Threat erzählt. Was ist die Threat? Ich mein die Leichtgewichte hier haben jetzt einen Vorteil. Weil die können schneller beschleunigen. Okay. Kannst du was heißen? Ja. Da ist gewiss du hier. No. Fühlst du dich jetzt angesprochen oder was? Ja eben. Na na. Was ist so? Ich glaub Noah wird so scheiße sein. Zeig euch ehrlich. Ich war noch nie. Obwohl. Nein. Nein ich bin über gut. Ich war schon voll oft. Ich schlure. Nein. Weiß ich nicht. Ich wär auch nie gefahren aber. Ich kann's auf jeden Fall. Ich bin nicht gut aber ich kann. Eigentlich würde ich euch alle schitten weil keiner von euch Auto fahren kann. Doch ich. Okay. Die Frage ist, wer wird gewinnen? In der Go-Kart-Race? Ja. Actually I think I'm putting my money on Elix. No that's no fucking way. Do you have a driver driving license? No. Okay. I'm driving F1 Seymourers. Nobody has ever sat in a car. Who has the most earnings here? Who has the most earnings? Who has the most earnings here? Han. Now Tayson. No me. Oh Tayson. Oh yeah true bro. You're so cool bro. Fuck's sake. Fuck Tayson. Woah. 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 Oh my god. Big 10. Tell me what I do right bro. You must call us off. I'm off. Just slap. Holy Genji bro. Holy Genji. In der Schule mit Riesen. Okay guys. Any questions? Questions? Huh? Questions? No no you? No no no. Let's go. I'm a bad guy. I'm a bad guy. I'm a bad guy. It's funny. What? What? What are you talking about? I'm not driving. I'm not driving. Thank you man. It's dumb. I'm not driving. But in my head. I don't want to win. I don't want to win. But I want to win. Okay. 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 Riesen. Also so unter uns. Ich glaube du gewinnst. Und ich hoffe du gewinnst. Danke. Kein Ding bro. Kein Ding bro. Ich hoffe du gewinnst. Ich hoffe du gewinnst. Ich hoffe du gewinnst. Ich hoffe du gewinnst. Snell bro. Eins, zwei, drei, Fokus. Go it. Go it bro. Alex du schaffst das. Du bist der Beste bro. Du bist der Beste bro. Let's go. Ich hoffe du fährst gegen der Wand bro. Nice. Du bist so lost. Ne ist gut. Das ist auch gar nicht heiß hier drin. Lenny. Der Tayson ist so ein try harder. Ich habe mich try harder jetzt auch richtig aus. Ja. Ich habe mein Fußschick ein. Was? Ich habe fast das Ding kaputt gemacht. Das liegt voll scheiße. Ich habe auch den ganzen Tag am Anfang Bremse und D-Skill zurückgehalten beides. Bremse und Gas gleichzeitig. Genau das hat er gesagt, sollen wir nicht machen. Ja eben. So please, for your own safety, for your own desires. Drive, have a good time. Otherwise we have to kick you out. I'm not interested in kicking you out. But I have to protect my go-karts. Okay guys? Okay. Merkt ihr das jetzt, okay? Das war aus für sehen. Ich habe es recht verstanden. Das war anders. Du drehst mal aufs Gas. Ohne Spaß. Drehst mal aufs Gas. Digga, ich will nicht sterben. Ich bin bei der ersten Stunde. Hast du gesehen? Ich bin in die Wand reingefahren. Ja. Digga, ich habe mir meine Hand gebrochen glaube ich. Meine Hand tut auch richtig krank weh. Meine Hand tut richtig krank weh, ich schwör wohl. Aber war gut. Am Ende war ich schneller, aber am Anfang, ich habe versucht nicht zu sterben eigentlich. Ja, ja. Aber man muss sich auch gewöhnen dran. Ja, aber ich hatte auch Angst vor Noah. Noah trefft mich direkt ganz am Arsch. Nein. The big arc. The big tricks. Wo bist du denn? Ganz normal. Für den Vlog nochmal grüßen für den Vlog. Ey, ihr seid doch noch Zwillige. Hey, warte mal. Zieh mal die Badekappe raus. Ja, ich habe zu lange Haare. Oh, du. Was geht? Alles gut? Ja, alles gut. Oh mein Gott. Noo. Das du, oder? Nein, oder? Nein, dann nicht mehr. Was ist los jetzt? Okay Leute, irgendwas ist gerade angeblich mit Vardial passiert. Did something happen to Vardial? Ja, er hat nicht vor den Rälen und nicht mehr gebrief oder so. Ja, er wird ein bisschen schockt, wenn du ihn hattest. Aber ich denke, es wird gut. Nein. Oh, Bro. Er ist nur ein bisschen schockt. Oh, f***. Nee, Digga. Das war hier gerade ein kleiner Unfall. Vardial ist gerade voll Gas gegen die Wand gecrashed. Mit diesem Ding. Es sind sogar extra diese Dinger da. Ich glaube, das ganze Dinger Auto ist kaputt. Und jetzt bin ich hier. Statement. Er ist nicht meine Schuld. F*** Trippern, oder? Ist niemanden Schuld. Ist unlucky von Trippern. Niemals in Kurven überholen. Ja. Das wäre nice. Der ist ja leider unter 18. Wir sind halt alle Fortnite Spieler, die unter 18 sind. Jetzt müssen wir warten. Jetzt kommen so Medical-Medizin-Leute oder so angeblich. Und die schauen, ob alles okay ist mit Vardial. Hoffentlich müssen wir jetzt nicht ins Hospital. Glaubst du musst du ins Hospital? Wirklich? Ist so schlimm. Digga, das ist viel schlimmer hier, Digga. Ich bin tot. Am Weg ins... Man sieht gar nichts. Egal. Wir sind am Weg ins Krankenhaus. Bei Vardial geht es nicht so gut. Nein, war Nörgeln. Ja. Und wir kommen jetzt nicht zum Essen. Jetzt sind sie nett und bringen uns zum Burger King. So chillig. Wir sind hier gerade im Krankenhaus. Alex geht es nicht so gut. Wir müssen ewig warten. Der ist wirklich tot eins von Trippern gerade. Weißt du was ich gesagt habe? Ich habe irgendwie 125 Leben. Vor einer Stunde hat Alex gesagt so in Fortnite. Weil ich habe ihn gefragt. Wie viel Leben hättest du jetzt gerade so? Er hat gemeint so 125 Leben. Ja Leute, Media Day läuft echt gut. Natürlich im Krankenhaus. So hätte ich mir das echt nicht erwartet. Nein, das ist aber cool. Weil alle anderen sind gerade im Hotel. Haben Spaß, Essen. Und dann wird schon hier. In einem abgefuckten Hotel. Äh, Hotel Krankenhaus meine ich. Ja Leute. Also Alex ist jetzt hier zu seinem Bett. Das wird immer ernster. Jetzt schauen. Jetzt wird wirklich mal abgecheckt was er hat. Wir hoffen nichts so schlimm ist. Er hat Schmerzmittel genommen. Es wurde immer schlimmer. Ja. Jetzt auch hier oben. Jetzt auf einmal tut es hier ihm auch weh. Ja. Ja. Soll ich nicht sterben? Wie kommst du noch hoch dann? Nein, das wird schon wieder alles gut. Chat schreibt jetzt alle in die Kommentare. Gute Besserung. Lass ein Like da. Lass ein Abo. Da folgt mir auch drittisch was. Jo Leute. Wie fühlst du dich Bro? Mein ganzer linker Arm. Du sitzt. Ja. Hier, Alex hat gerade so gefühlt sieben Blutabnahmen bekommen. Spritzen alles. Die Ärztinnen haben jetzt gemeint. Sie glauben es ist nicht so crazy. Mehr weißt du auch nicht. Jetzt mach hier keine Vermutung. Und? Jetzt kommt noch ein Arzt der das irgendwie alles finalist. Also zuerst hab ich der erste Arzt drüber geschaut. Dann noch zwei Ärztinnen. Die sehr gut aussehen waren. Kann man schon sagen. Also da hat der Alex wirklich so. Achso wegen das. Ja nein. Sophia. Es waren zwei Typen. Die waren auch sehr gut aussehen. Aber. Ja jetzt kommt noch ein Doktor. Und der schaut sich das an. Und dann. Ja. If you guys enjoyed the video. Liebe. Digga das ist gutes Funnel. Oh warte das ist echt gutes Funnel. Okay Leute. Es ist fucking. Zwei. Zwei Uhr. Zwei Uhr. Zwei Uhr morgens. Zwei Uhr morgens. Wir waren gerade. Wie lange? How long have we been in this hospital? We arrived at 9.30. So von Haferhaus. Wir waren gerade vier. 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 Vierneinhalb. Ja. Vierneinhalb. Vierneinhalb Stunden da. Ja. Ich soll jetzt meinen Arm so halten. Für kurze Zeit. Und wir gehen jetzt wieder ins Hotel. Und sagen noch kurz Hallo und Jan. Und dann gute Nacht. Ja. Ein schönes Tisch hat das an. Ich weiß. Ist voller Blut drauf. Ja. Okay man. Was passiert? Was passiert? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wollt sich wissen was wir gerade durchgemacht haben. Ja. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm good man. I'll be good man. But you can't walk. Where's the Benji? I'm up to the place.